Hallo, gerne möchte ich mit dir eine meiner Lieblingssequenzen teilen und wie ich die Slings-Tools vielleicht ein bisschen anders gebrauche, als du es in den Slings-Kursen kennengelernt hast. Falls du eine enthusiastische Slings-Bewegerin bist oder Beweger und die Kurse noch nicht gemacht hast, kannst du natürlich hier auch mitmachen. Ihr, die die Kurse schon gemacht habt, vielleicht gibt es euch einfach noch einen anderen Einblick, wie vielfältig man diese Tools gebrauchen kann und spezifische Linien ansteuern kann. Ready? So, hier mal auf die Domes stehen. Wie du siehst, brauchen wir Domes und die Massagebälle. Bring mal die Fersen auf die Domes, spreize das erste Zehngelenk, sodass du da eine gute Öffnung im Gelenk hast. Und dann winkelst du die Knie an, bringst die Arme über den Kopf mit einem Armbogen und mit der Einatmung streckst du die Beine und senkst die Arme. Und das machen wir nur noch ein paar Mal. Wir wollen hier vor meiner Lieblingssequenz mal ein bisschen dynamische Stabilität kreieren, die wir während der ganzen Übungen und der Sequenz immer wieder brauchen. Also wollen wir hier die mal in den Vordergrund rücken, uns auch ein bisschen einmitteln und spüren, wie fühle ich mich im Moment. Das nächste Mal behältst du die Beine gestreckt, die Arme sind entspannt, der Schultergürtel ist entspannt. Beckenboden und Bauchmuskulatur mehr aktivieren und dann gehst du durch eine kleine Nickbewegung in das Rolldown. Beckenboden und Bauchmuskulatur graduell immer mehr aktivieren, bis sie voll angespannt sind. Und du rollst weiterhin Wirbel für Wirbel nach unten. Achte dich mal, ob deine Tendenz ist, mehr in die Fersen zu gehen. Kannst du auch auf dem Vorfuß bleiben und das Becken so zentriert wie möglich auf den Oberschenkeln behalten. Die Fingerspitzen bleiben vom Boden weg. Hier mal tief in den Lendenbereich einatmen und dann kannst du mal ganz nach unten gehen. So weit nach unten, wie du möchtest. Und dann streckst du die Beine, so wie das angenehm ist und der Oberkörper ganz entspannt sein kann. Die Knie nochmal anwinkeln, musst nicht mehr so weit gehen, wenn du nicht möchtest. Und die Beine wieder ganz strecken. Von hier hältst du dich an den Bällen fest und rollst Wirbel für Wirbel nach oben. Die Arme sind ganz entspannt. Du zentrierst das Becken, dann den Brustkorb, den Rest der Wirbelsäule und zentrierst dich. Die Schultern sind entspannt. Mit der nächsten Ausatmung Arme nochmal über den Kopf, Bälle ganz leicht halten, einatmen, strecken. Noch einmal Kniebeugung, Arme über den Kopf, die Zentriertheit spüren und die Arme wieder senken. Von hier platzierst du die Innenkante des linken Fusses auf dem Däum und die ersten Kante des rechten Fusses auf dem anderen Däum. Dann mitte dich hier mal ein. Du willst eine Massage in den Längsgewölben, inneres Längsgewölbe links und äußeres Längsgewölbe rechts. Der Ball rechts wird ganz leicht gehalten. Links drückst du den Ball mal ganz kräftig. Dann rollst du das Handgelenk ein, winkelst den Ellbogen an, behältst das Handgelenk eingerollt und dann nimmst du den Ellbogen seitlich nach außen. Behalte den Oberarm zentriert im Schultergelenk, stoße den linken Fuss mehr in den Boden, aktiviere das Zentrum mehr und verlängere dich in eine lange Seitenbeugung. Das Handgelenk links ist immer noch eingerollt, rechts ist der Ball leicht gehalten. Nun bewege mal das Handgelenk, so wie das für dich angemessen ist. Immer noch Druck auf den Ball, den Druck mal ganz lösen, das Handgelenk zentrieren und dann kannst du rechts den Ball an den Oberschenkel legen und die Fingerspitzen oder durch die Hand leicht ziehen. Mit der Einatmung linken Fuss mit dem Boden und dem Däumen verbinden in eine lange ausdehnende Einatmung. Ausatmen ist ein leichtes Zurückziehen. Das passiert durchs Gewebe. Mit der Einatmung ausdehnen, noch mehr Länge und weiter. Und mit der Ausatmung ist es ein leichtes Zurückkommen. Noch einmal einatmen, die Länge und die Kraft links spüren und mit der Ausatmung zurückkommen. Atmung fließen lassen. Halte den rechten Ball leicht, winkle das rechte Knie an und dann zieht der linke Arm nach rechts in eine spiralige Drehung nach rechts. Nun gehst du durch ein Spiraling Roll, dein Beckenbodenbauchmuskulatur, kräftig aktivieren, während du hier Wirbel für Wirbel rotiert abholst. Rotiere die hinteren rechten Rippen Richtung Decke, sodass du die Wirbelsäule noch mehr nach rechts rotieren kannst. Becken bleibt angehoben vorne, Hände bleiben vom Boden weg. Und dann atmest du mal tief links unten in den Rücken ein. Mit der Ausatmung Beckenbodenbauchmuskulatur ansteuern. Noch einmal tief links einatmen, dann zentrierst du den Oberkörper, winkelst beide Beine an, platzierst die Bälle am Boden und dann streckst du die Beine, so wie das angemessen ist. Noch einmal Knie anwinkeln, Oberkörper über die Oberschenkel drapieren und dann die Beine noch einmal strecken. Knie anwinkeln, Active Forward Fold. Du gehst mit dem linken Vorfuß auf den Däum. Die rechte Hand platzierst du auch auf den Däum. Der Däum ist ein bisschen eingemittet. Nun schau auf dein Handgelenk. Du wirst das Handgelenk so zentriert wie möglich haben. Der linke Arm ist zentriert im Schultergelenk. Dein Becken und die Wirbelsäule sind so zentriert wie möglich. Nun stößt du in den rechten Däum. Der Brustkorb rotiert über den rechten Arm. Das linke Bein streckt sich, die Wirbelsäule rotiert nach links. Und dann löst du den Druck rechts. Es zentriert sich wieder. Das linke Knie winkelt sich wieder an. Rechts Druck mit der Hand in den Däumen. Eine spiralige Drehung über den Stützarm. Du löst den Druck und du zentrierst dich wieder ein. Noch einmal Gleitfähigkeit im Schultergelenk. Kraft in dem oberen Anteil deiner Spirallinie. Länge im linken Bein hinten. Noch ein letztes Mal. Diese wunderschön spiralige Aufdrehung mit einem anderen neuen Input vielleicht. Zentrier dich nochmal. Und dann entspannst du dich drüber. Du nimmst die Bälle wieder in die Hände. Entspannst den Kopf. Lass den Däumen im Vorfuß. Wenn das stimmig ist, strecke die Beine. Und dann rollst du Wirbel für Wirbel wieder auf. Du findest die Zentriertheit im Becken und in der Wirbelsäule. Dann stehst du mal ab dem Däumen. Spür mal kurz hinein, wie fühlt sich das an, wenn du hier zentrierst stehst. Rechts, links, diese verschiedenen Inputs der Tools hat das einen anderen Eindruck. Imprint hinterlassen. Und dann gehst du wieder mit den Fersen auf die Däumse. Winkelst die Knie an. Mittelst dich für einen Moment ein. Einatmen, Arme senken. Ausatmen, die Knie wieder anwinkeln. Nochmal tief einatmen und zentrieren. Nun ist es das innere Längsgewölb des rechten Fusses, das du auf den Däumen platzierst. Und das äußere Längsgewölb des linken Fusses. Hier mal die Massage führen. Dich so gut wie möglich einmitten. Der linke Ball wird ganz leicht gehalten. Rechts Druck auf den Ball. Einrollen des Handgelenkes. Dann des Ellbogens. Ellbogen kommt nach außen, leicht auch nach vorne. Lange Seitenbeugung nach links. Verankere den rechten Fuss mit dem Boden. Strecke den Ellbogen. Behalte das Handgelenk eingerollt. Und dann bewegst du das Handgelenk ein bisschen. Kannst du gleichmäßig rechts und links den Ball drücken. Ist es verschieden rechts und links. Dann löst du den Druck. Zentrierst das Handgelenk. Platzierst den rechten linken Ball gegen den Oberschenkel. Und ziehst durch die Fingerspitzen leicht. Mit der Einatmung ist es ein Weiten der rechten Seite. Ein Aufspannen und aktives Verlängern. Mit der Ausatmung ist es ein leichter Zurückzug des Gewebes. Einatmen. Spüre die Aufspannung von innen wie von außen. Und mit der Ausatmung ist es ein leichtes Zurückfedern. Und noch einmal einatmen. Expansiv ausdehnen. Und dann wieder ein leichtes Zurückziehen. Halte den linken Ball entspannt. Winkle das linke Knie an. Und dann lässt du den rechten Arm nach links rotieren. Und der Oberkörper, der dreht mit. Ein spiraliges Rolldown. Becken, Boden, Bauchmuskulatur mehr aktivieren. Während du nach unten rollst. Linkes Knie angewinkelt behalten. Und dann das Gefühl, dass der Brustkorb noch mehr nach links rotieren willst. Vielleicht wirst du die hinteren linken Rippen mehr zur Decke aufrotieren lassen. Schambein angehoben behalten. Tief einatmen. In den unteren Rücken spezifisch rechts. Ausatmung. Becken, Boden, Bauchmuskulatur ansteuern. Und nochmal tief rechts in den unteren Rücken einatmen. Oberkörper zentrieren. Beide Knie anwinkeln. Bälle am Boden ablegen. Beine wieder strecken. Knie noch einmal anwinkeln. Den Oberkörper auf die Oberschenkel entspannt platzieren. Und dann noch einmal strecken. Knie anwinkeln. In ein Active Forward Fold anheben. Und dann platzierst du den rechten Vorfuß im Däumen. Linke Hand kommt auf den Däumen. Und wieder das Handgelenk so zentriert wie möglich. Rechter Arm ist auf Schulterhöhe ausgerichtet. Nun gibst du mit der linken Hand Druck in den Däumen. Eine spiralige Drehung über den Stützarm. Und mobilisieren der Wirbelsäule. Denn Druck lösen. Dich wieder zentrieren. Spür, wie der obere Anteil der Spirallinie gestärkt wird. Im Rückenanteil. Und wie du die Armlinien auch kräftigst. Den Druck wieder lösen. Es zentriert dich. Spüren, wie weit hast du die Freiheit, wo du dich aufdrehen kannst. Wo dein rechter Arm zentriert im Schultergelenk bleibt. Und du zentrierst dich wieder. Ein letztes Mal. Einatmen. Und auch die Länge des rechten Beines spüren. Hinten vor allem. Und dann zentrierst du dich wieder. Trappierst über die Beine. Zentrierst den Oberkörper. Streckst die Beine. Lässt den Däumen da, wenn du das zuvor gemacht hast. Und dann rollst du Wirbel für Wirbel wieder auf. Zentrierst das Becken. Und dann den Brustkorb. Lässt den Schultergürtel entspannt auf den Brustkorb ankommen. Und dann kommst du ab dem Däumen. Hier noch Milch hineinspüren. Wie ist das nun? Rechts, links. Fühlst du dich vielleicht mehr eingemittet? Kannst die Knie nochmal anwinkeln. Die Arme über den Kopf. Und dann wieder senken. Noch einmal die Arme über den Kopf. Knie anwinkeln. Und wieder senken. Beine gestreckt behalten. Die Arme über den Kopf nehmen. Einatmen. Einmal in eine Streckung. Unterstützt durch die Arme. Zentriere den Brustkorb und den Schultergürtel. Und lass die Arme wieder entspannen. Ich hoffe, du fühlst dich spielerisch inspiriert. Diese Tools noch anders benutzen zu können, als du vielleicht zuvor hast.